Moin! Moin! Unglaublich. Immer. Fühlt da was bei Maxi. Ich hab noch nie einmal gehabt. Jetzt konzentrier dich. Das ist meine... Ach, scheiße. Jeden Mal oder jedes Mal? Warte kurz. Jetzt ist Maxi eben kurz nicht dran. Jeden Mal? Der macht jeden Mal. Nee, aber wirklich. Ich hör immer Maxi das, Maxi so, Maxi so. Wir haben einen freien Mittag, Feierabend. 20 Minuten sind wir hier länger. Ich weiß auch warum. Halt mal die Kamera. Wout hält nur das hoch und sagt, doch, jetzt schon. Das ist sein Text. Dass der keine Fehler macht und da hat er schon Probleme. Dann sichert der was. Ich war auch ganz aufgeregt, hat er mir gesagt, bevor es los ging. Das ist gar nicht, was ich gesagt habe. Du weißt ihn genau. Du weißt ihn genau. Kannst auch Kameramann fahren. Du feierst den Dreh aber auch nur, weil du so viele Fritten essen darfst, ne? Ja, ich muss auch sagen. Aber schon ein bisschen. Wie viele Takes dürfen es noch sein? Wie viele Pommes gibt es denn noch? Da ist er wieder, der Felix. Guck, der esst so viel Pommes. Das ist Wahnsinn. Der ist ein Profi, der hat 13, 14 Pommes gegessen. Oh, der war nicht warm. Hoffentlich kriege ich jetzt eine warme. Hoffentlich kriege ich jetzt eine warme. Jetzt ist ein Glücksspiel. Laut beiß doch mal in deine Flitter ein. Ja, ich denke, es werden noch ein paar sein. Weil Wout manchmal den Text auch vergisst. Der hat ungefähr drei Wörter. Die sind manchmal echt schwer. Aber man muss auch den Hut ziehen, weil er hat natürlich auch als Holländer, ist es natürlich immer sehr schwer, dann auch mal Deutsch zu sprechen. Aber es ist trotzdem, wenn er das macht und aus Fehlern lernt man. Ich blöde noch mal. Und dann weiß ich noch mal, Für mich ist es natürlich auch auf der Welt passiert. Meine Damen und Herren. Weil ich bin nicht ganz sicher.